Draches Blog. Eintrag von Mittwoch, dem 24. Oktober 2018. Unter dem Label Kurzfilme. Kurzfilm der Idioten. Drachen, WG, das dümmste seit Anbeginn der Zeit. Kurzfilm der Idioten. Hier die ungeschnittene und unbearbeitete Version meines Skripts für Kurzfilm der Idioten. Da seht ihr dann, wie weit ich oft von der Idee abweiche oder improvisiere. Effekte und so, Z.B. oder Intro. Unten als Bonus das Video, falls man es noch nicht gesehen hat. Drachenlord ist's mit einem Buch in der Hand auf dem Sofa. Drachen Games kommt und setzt sich wieder auf den Sessel. Drachenlord liest Vampirs Dawn. DrachenLP zogt irgendwas auf der Switch. Er sieht zu Drachenlord, der eine Ogermaske auf hat. Bild auf Drachenlord mit Ogar-Maske. Bild wortlos zurück auf Drachen Games, der seinen Blick auf die Konsole richtet und dann nach einem Moment zurück zu Drachenlord schaut. Bild auf Drache, der normal da sitzt und liest. Ohne Maske. Bild wieder auf DGLP. Drachengames schaut stirnrunzelnd wieder auf sein Spiel. Bild wieder auf Drachenlord, der nun aufsieht zu Drachengames, der eine Perre-Rücke trägt. Gleiches Spiel. Bild auf DrachenLP mit Perre-Rücke. Kurz später ohne Worte. Bild zurück auf Drachenlord, der in sein Buch schaut. Er schocken aufschaut und DrachenLP da sitzt noch einmal und spielt. Bild auf eine dritte Person, die im Schatten sitzt und leise lacht. Rainer, der zur Tür rein, kommt und kurz alle anschaut. Rainer, was ist denn hier los? Bild nach einander auf DGLP, Drachenlord und die Figur im Schatten. Rainer, schaut, dass ihr euren Arsch bewegt und aufräumt. Sein Blick fällt auf die Figur im Schatten mit Mantel und Zylinder. Rainer, und wer zur Hölle ist das? Drache und DG schauen zu der Person. Drache, dachte, das wäre ein Freund von dir. Rainer, sicher nicht. Ist wohl wieder einer deiner Hater. Er zeigt mit dem Finger auf die Person. Rainer, du, raus. Die Figur löst sich auf und taucht außerhalb des Tors wieder auf. Die Person? Mist, dabei wollte ich, Drache, gerade das Messer hier in den Rücken rammen. Er hält einen Zweiklingen, Dolch mit Drachengriffen. Link zu seinem YouTube-Video, Kurzfilm der Idioten, Drachen, WG, das Dümmste seit Anbeginn der Zeit.